ich sehe noch nix böses ein umblick glaubt da kommt was gleich so wieder da was ich ihm gerade meinte mit da kommt jemand was wie auch immer das damit war gemeint dass jemand gerade die treppen hoch geht bei mir zu hause und das war besuch für meine eltern auf jeden fall freunde der familie kamen zu besuchen und sind gerade zu besuch und ja die bloggeschenk bekommen kurz grüßen und bla 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 deswegen war gerade hier der schnitt kurz zur erklärung ich gehe jetzt nicht zu den runter oder wie auch immer weil jetzt gleich zusammen im restaurant essen gehen wollen so jetzt haben wir diesen teil der hülle erkundet dann gehen wir jetzt mal die anteil der hülle konnten und freuen uns dass wir schon zwei knochen von skelett bekommen haben schön ordentlich weg damit ihr kein spätere zombie sich beschweren kann die einrichtung ist voll hässlich also dass das nicht passiert ich möchte da noch nicht lang ich möchte eigentlich hier am liebsten später mein quest spielen weil ich hasse diesen licht pack ich höre was ich habe was gehen hören entweder sind wir sehr an der oberfläche oder dahinter war was tschüss schon wieder na komm dann komm dann komm und wo von da von hier von da unten von da von da von da dos da k Das ist sehr nah, auf jeden Fall, ich höre es. Ach ja, ich mach mal hier zu, bevor ich hier vom Skelett angeschossen werde. Hey Zombie, ich hab dir sogar Licht mitgebracht. Hi Zombie, hey Zombie, hey Zombie, hey du, na du, kacke Gesicht, na bist du in meine Falle reingelaufen? Hi, da kommt ein Video, willst du mich berühren? Da kommt noch einer, will da noch jemand Hallo sagen? Hallo, hallo, ich zeige mich gerade an die Schule. So, ich mach mal hier zu, gucke mal wieder, also er ist eben mit Hallo, das erinnert mich an die Schule, da war da eine Lehrer, hallo, geht der bitte raus, hallo, geht der bitte raus. Hallo, 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 ich höre auf jeden Fall. Wir sind sehr nah an der Oberfläche, wenn ich eine Kommune höre. Hallo, ist da jemand aus Eisen? Bereit gerade alles so für eine perfekte Fluchtform. Wir brauchen auf jeden Fall noch Fakten, bevor wir da weiter reingehen. So, und dann geht's mal weiter. Hi. Hallo. 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 Oh, ich heiße Musik. Das ist genau in dem Moment so eine... Ja, wie auch immer Musik eingespielt wird. Also, eine Musik, die dafür sorgt, dass man sich kurz erschreckt. Und ich habe gerade das Verlangen danach, einen Doku zu futtern. Also, das ist keine Werbung, ne? Ne? Keine Schleichwerbung? Ich lasse den Spruch, Schleichwerbung. Wussten ist... Scheiß Niesen. Aber hier haben wir so einen ganz kleinen Höhlenabschnitt gefunden. Und da ist Kohle, Kohle, Kohle. Ich wollte gerade fragen, was ist das für ein Kohleblock, der so endlich unendlich lange braucht. Aber es ging doch schnell vorbei. Und da ist noch ein Kohleblock. Ein bisschen weiter zurückgehen, da ist nichts mehr. So, hier reinspringen und dann gerne hier noch eine Fackel platzieren und dann... Theoretisch können wir auch hier zumachen, so. Unser Schwerd ist bald kaputt, aber hier gibt es nicht mehr. Wir müssen bald hier raus. So. Kühe im Huhn. So, da oben gibt es nur noch was zu entdecken. und dann bin ich irgendwie gar nicht hin, aber wenn wir da oben waren, dann können wir hier raus also gehen wir jetzt dahin, da war was, da war eine Bewegung, das aussieht wie ein Zombie ich habe Angst ok, hier ist nichts, wieso habe ich ihn in Bewegung gesehen? Scheiße, Einbildung da ist nichts und hier aussieht auch nichts das ist voll praktisch, diese Kombination, hier verhindert sich der Spin durchkommen und gleichzeitig eben ein Monster und hier oben ist nichts mehr gut, dann können wir ja perfekt die Kohle abbauen und dann können wir hier raus ich habe keinen Bock mehr auf die Höhle Kohle noch holen, damit wir hier auch wieder ein bisschen Gewinn haben, außer das Eisen ach ja, ich muss kurz noch was anmerken unter den Liedern ist auch Anführungszeichen eins von Gronkh also Anführungszeichen, weil es ist ja nicht unbedingt von Gronkh ein Lied so, wo er irgendwer hier rechte drauf hat, außer auf seine Stimme was ja auch eigentlich nur mit dem Lied ist ja, deswegen hoffe ich mal, dass Gronkh sich eventuell nicht beschwert, falls dieses Lied abgespielt wird wenn doch, dann werde ich einfach sofort das Lied aus der Playlist ausnehmen ja, und das war's dann mit dem Lied ich glaube, jeder hat es schon erraten deswegen soll ich jetzt drauf mitzureden denn jeder der Gronkh guckt, müsste das Lied kennen und jetzt ist die Axt weg und wir können uns nur noch mit dieser frei kämpfen nein, das macht keinen Sinn, da macht's was anderes mhm, da, da jetzt geht er rein, scheiß, wie auch immer, wie wir sind oder wie, was auch immer wir sind wie auch immer wir sind, wir sind scheiße, sagtest du doch schon, stimmt ich mach erstmal die Variante ich stell mal wieder auf pissvoll oh, ich hasse diesen Gag so um, frei plupp fertig so, jetzt können wir ja wieder zurückgehen nein, wir haben noch keinen Sand ah, da hinten ist ja eine Lüste schon und ich möchte immer noch einen Nashorn futtern äh, was? äh, ich meinte, ich möchte immer noch einen Duplo futtern und dann war ein Nashorn und immer noch diese magische Pen das Lied hier, was gerade gespielt wird wurde von Mell vorgeschlagen jeder, der meinen Leicht, den verfolgt, weiß, wer Mell ist oder sind Schafe, dann sind Schafe, dann sind Schafe, dann sind Schafe und das Einhorn aber das Einhorn, das Einhorn, das Einhorn, das ist nicht wichtig bei Mell-Kriech hat man es noch interessiert mich die Pferde irgendwie kein bisschen obwohl die ein Jahr schneller macht was wiederum cool ist weil man ist ja so langsam in der Welt unterwegs und Notch ist ja so faul, um Laufen anzufügen Laufen anstatt einfach mal so Shift oder Steuerung zu drücken um dann Vielen Dank.